Diese Übung ist wichtig, dass du diese Position gut hältst wie ein Tisch. Wir sehen, der Nacken ist lang, die Schultern runter, Bauch kurz, Bauch noch zum Boden. Die Füße sind schon beschränkt, die Fersen sind zusammen und die Arme gucken gerade aus, die Finger sind zusammen. Traumhaft. Dann geht's los. Wichtig ist, dass du das Knie zu dir und dabei dich ein bisschen rund machst, sehr schön, fast zur Nasenspitze und jetzt ziehen sie über außen. Okay, schön auswärts nach hinten und so hoch, es geht ein langes, langes, langes Bein, auswärts gedreht. Wir benutzen die Gegenschultern, wir bleiben schön gerade und wir können das Bein natürlich so hoch wie du möchtest. Dann das Knie wieder parallel zur Nasenspitze, Bauch nach kurz und alles beginnt nach vorne. Knie wieder außen, langes Bein, das längste Bein. Strecken von der Knie. Sechs, sieben, acht, ziehen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ziehen, eins, schütteln, zwei, drei, vier, bleib gerade nicht ausweichen und ein. Strecken, 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 strecken. Noch mehr. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und letztes Mal. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und letztes Mal. Drei, vier, vier, fünf, sechs, zwei, acht. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und jetzt strecken noch die Zorn. vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, acht, acht und drizzleben. 3, 4, 5, 6, strecken, noch mehr das Klinik, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und jetzt strecken, noch länger, noch länger, es ist noch nicht geschweckt, 3, 4, 5, 6, besser, noch und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und strecken, es ist noch nicht geschweckt, 2, 3, 4, noch länger, 5, 6, 7, Die letzte mal wieder, 1, 2, 3, 4 und Aus, 5, 6, 8 und strecken, strecken, 3, 4, 5, 6 und 10, unten nur ab, 2, 1алиpe